moin leute und herzlich willkommen zurück zu let's play elements destiny origins im letzten part haben wir marion pearl ordentlich aufs maul gegeben zum glück ja und ich habe vergessen super magietränke zu kaufen scheiße jetzt bin ich schon extra nach draco zurück gerannt und habe dann doch das vergessen na gut egal das wird schon passen hoffe ich gucken wir doch mal wie es hier jetzt weitergeht das ist sie also die unterwelt besonders einladen sieht hier nicht aus da würde ich auch da würde ich auch schlechte laune kriegen wenn ich erleben müsste nicht besonders einladend dieser ort ist furchtbar ich spüre förmlich für die dunkelheit an mir hochkrabbelt wir müssen uns auf alles gefasst machen er könnte in die hinter jeder ecke auf uns lauern das ist wohl war na gut gehen wir mal rein schauen wir doch mal ok das klingt nicht allzu gut da schauen wir doch mal ok cerberi und irgendwelche blome wobeulde wie auch immer das klingt nicht allzu gut da schauen wir doch mal ok cerberi und irgendwelche blome wobeulde wie auch immer ich glaube ich wje weiß man Vallahi million euroDay compass sofort wieder hinten um kooperiert jetzt bin ich denke vor ichED citizens of the world around 15 ihren schatten mito вижу den schatten 62 einen ort an den er gehört ok ja okay ich verstehe gleich drei auf einmal na gut na gut machen wir gucken wie viel schaden das hier alles so macht ja okay das macht fast nichts und das dürfte recht viel machen genau okay dann heilst du sie mal so und eispfeile so noch einen heiligen zirkel hinterher so und dann einfach irgendwie angreifen wow die halten ganz schön was aus aber egal passt schon ok der ist weg sehr gut dann wollen wir uns doch noch um die anderen kümmern so hier noch ein heilaura zwischendurch und weiter eispfeiles bleiben und tanzzerblendung und oh ein segensschnitt der dürfte auch einiges anschauen machen ja das tut er ok sehr schön tanzzerblendung na gut und aufschlagen sehr schön die geben schon mal ordentlich erfahrung problem ist ich habe einiges an mp verballert so ok aber es waren drei gegner da wollte ich auf einmal sicher gehen so mal schauen wow wirklich das geht jetzt natürlich daneben naja aber die beiden die den meisten schaden machen können schlafen zum glück nicht von daher ist alles in ordnung so und noch ein segensschnitt oh rika schläft hm nicht gut das ist gerade gar keine gute idee also mal ein heilkraut hier hier ist sicher hier ist sicher ja toll was dummes ey und ne heil aura mal wieder sehr gut jetzt schlafen sie alle toll jetzt schlafen wirklich alle das ist gemein so ein bisschen ich versuche es einfach mal schade er ist natürlich nicht tot dann halte ich erst mal selbst dann wächst und dann geht es weiter mit den angriffen schön er ist das schon mal weg das ist gut das gefällt mir dann ist hier zumindest noch einer der uns einschläfern kann das reicht und er ist jetzt auch noch blind das heißt normale angriffen sind schon mal bei ihm kein arsch also von ihm die normalen angriffen sind schon mal für den arsch nein den wollte ich doch so ich hasse es wenn er das macht naja egal erst tot das ist jetzt also so ein stück der rätsel ja nicht ganz würde ich sagen das ist jetzt noch eine andere möglichkeit eigentlich nicht hier ist nichts weiter okay werde erst mal wieder hochheilen ich halte mir dabei gerade ein so okay gut dann fahren wir doch mal hier geht er dort hin weil hier drüben kann ich damit nichts anfangen also musst du dort so nach oben kann ich da auch nichts weiter mit anfangen also muss er nach unten dann muss er hier rüber dann hier rüber hier rüber hier rüber hier rüber genau jetzt das problem wo muss er hin hier ging dann geht es nicht weiter hier in die andere richtung dann kann er hier runter und da war ich schon hier rüber hier rüber hier rüber das ist ja quasi wieder hier da 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 und dann da rein hier auch eine möglichkeit das versuchen wir mal gucken wir mal ob das funktioniert also so 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 und so ja das war es okay wunderbar ich dachte ich musste ihn hier irgendwie durchschießen aber scheinbar nicht okay dann ist alles gut so 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 erster rum geschafft das ist schon mal schön natürlich kann ich hier drin nicht speichern aber hier kann ich speichern genau so dann zweiter raum der erste zerbrust na gut gehen wir mal hin ist nur einer okay machen wir tatsächlich vielleicht ist er geschockt natürlich nicht wäre auch zu schön gewesen aber er ist blind das ist auch schon mal was das ist auch schon mal was ich versuche 14 noch hin zu schocken oh wunderbar hat geklappt so der krieg ist vergiftet und segenschnitt hmm bisschen mal gucken bist du als beste ja das scheint als beste zu gelten ok dann sind wir wie viel der wasserschein macht nicht viel na gut segenschnitt und bisschen killer gift schneide ja das lief doch sehr unproblematisch gut ne das mache ich mal mit gegenständen ich habe genug heiltränke ja ja noch vergiftet hill so ok was haben wir hier äh ein wick zum ziel wer vom pfad abweich von der dunkleit verschluckt ok ok hm ach verdammt moment es gibt ein game over really oh wirklich bitte was oh komm schon das ist doch echt dumm mal ganz ehrlich ich hab noch nie meine frese her naja bin ich jetzt gleich geschockt so ein unfug so ein unfug naja naja es geht natürlich da neben wie sollte es auch anders sein hätte hier nur ordentlich schaden gemacht oh das fliech ist vergiftet sehr schön sehr 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 schön linkschnitt leuchten der rechtschaffenheit und das wars sehr gut so darf ich hier irgendwo speichern vielleicht was zum teufel na gut nächster versuch das war wieder ein schritt zu weit ich könnte kotzen wenn er mich jetzt am anfang des raums zurück gesetzt hätte gut aber ein game over für sowas ehrlich jetzt das ist doch unfug das ist der berufs jetzt mal sehr bewusst sein so 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 ja das war ein schritt zu weit mann ehrlich jetzt ja ehrlich jetzt ja das ist jetzt wirklich nicht lustig so wie lange hier hoch da verdammt kann sich doch kein schwein so schnell merken mal ganz ehrlich vor allem wenn man ja selber auch noch aufpassen muss wo man hingeht also nächster versuch na gut mann 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 das war eine dummheit beziehungsweise ja und versehen wollte gerade stoppen und bin doch noch mal auf das nach unten gekommen was mach ich denn hier jetzt mal ganz ehrlich und der nächste versuch und nein ich möchte hier nicht schneiden nach möglichkeit ich möchte hier nach möglichkeit nicht schneiden ich möchte hier nach möglichkeit nicht schneiden also nochmal ich habe minimal geduld noch nicht mehr viel aber ein bisschen noch ich möchte hier nach kreis so war es so gut wollte ich gerade sagen ja Dann passiert sowas Also ganz ehrlich, der Raum ist scheiße Der Raum ist echt beschissen Ach, Mann Warum, warum mache ich sowas Okay Ich versuche es noch einmal Und danach mache ich dann doch einen Schnitt Bis ich dann durch Zu dem Zeitpunkt, wenn ich dann durch bin Weil das müsst ihr euch hier nicht mit antun Das Elend Reicht, wenn ich mir das antun muss So, so, so So, so So, so So, so Ah, verdammt Verdammt, das war nur ein Schritt zu weit Okay Dann wird jetzt geschnitten Wir sehen uns dann gleich im Ziel von diesem Weg Bis gleich So Ich bin jetzt kurz vorm Ende Und habe mir nochmal mehrfach angeguckt, wo der Schatten jetzt lang geht So So, jetzt bin ich durch Äh Außer natürlich hier geht es noch weiter Aber da gehe ich jetzt einfach mal nicht von aus Das sah zumindest nicht so aus Ähm Gerade eben Als ich den Schatten beobachtet habe Und ähm Und ähm Das ganze hier mag mir gerade absolut nicht gefallen Muss ich jetzt mal so sagen Äh Okay Ich will zunächst mal das Fichter wegkriegen Okay, er ist geschockt Das ist schon mal schön Das ist schon mal sehr gut Nehme ich gerne an Okay Oh Ähm Ja Da sollte man mal heilen Äh Sollte man mal heilen Und Ähm Also Ich fahre auf das Ficht Weil das muss zuerst sterben Definitiv Als schnellstes Weil das nervt So So Na Ist gerade ein bisschen blöd, aber naja So Einiger Zirkel Ah Schön Schön Das Ding So So Dann Dann holen wir das als nächstes weg Und Dann bleibt jetzt nur noch das Fichter Das kriegen wir jetzt auch mit normalen Angriffen weg Da brauche ich jetzt keine MP mehr verschwenden So Sag ich ja Sehr schön So So Ach ne Und hier geht es jetzt auch noch weiter Oder was Och Nö Na gut Wow Was Äh Darf ich das nochmal sehen bitte So 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 Nein Och Fuck you Und wette ich hätte gerade im speichern können Wette ich hätte gerade im speichern können Ach Ach komm schon Ach komm schon Okay 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 Nochmal Das Ding ist so ein Bullshit Das Ding ist so ein Bullshit Darum ist so ein Mist Ich mag ihn nicht Wie man vielleicht hört Wie man vielleicht hört So 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 Okay So So Ich will doch nicht mehr so lang, aber dass ich das nicht so gut bin. Gibt es auch so lang. Nimm von einem Kabel, ein Kabel, ein Falsch, ein Kabel, ein Kabel, ein Kabel, ein Kabel. Es gibt eine Kabel. Ich will einen Kabel. In der Kabel ist eine Kabel. Ich will einen Kabel, einen Kabel zu sehen. Ich will einen Kabel. mir gerade alles sehr gefallen was ich hier so sehe wunderbar und dann einfach drauf einkloppen dürfte auch bei denen funktionieren er ist natürlich der bringt jetzt malin um aber er bringt malin nur zu schweigen das ist gut ja sehr schön ja sehr schön und nein ich kann ihn nicht speichern natürlich warum denn auch warum denn auch aber gut ich würde sagen diesen bescheidenen part hier machen wir dann in der nächsten folge ich werde mir den weg vorher noch mal ganz genau ansehen und ja dann schauen wir doch mal wie lange das noch dauern wird okay danke ich fürs zusehen ich hoffe ihr hat spaß an der folge und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin tschau tschau